Am Freitag ist in Italien eine Rekordzahl von mehr als 10.000 Corona-Infektionen an einem Tag gemeldet worden. 10.010 neue Fälle sind registriert worden, so viele wie noch nie binnen 24 Stunden. Am Vortag sind es noch 8.804 Neuinfektionen gewesen. Zudem hat es am Donnerstag 55 zusätzliche Todesopfer gegeben, am Donnerstag waren es sogar 83. Die Zahl der Corona-Toten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar ist somit auf 36.427 gestiegen. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle klettert am Freitag auf 107.312. Jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten ist von 5.796 auf 6.178 gestiegen. Das teilt das italienische Gesundheitsministerium mit. In Quarantäne befinden sich derzeit 100.496 Personen. Auf Intensivstationen liegen aktuell 638 Patienten, am Vortag sind es noch 585 gewesen. Angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionen in Italien wird die Einrichtung von Sperrzonen in besonders stark betroffenen Provinzen nicht ausgeschlossen. Bisher hat Premier Giuseppe Conte einen Lockdown auf gesamtstaatlicher Ebene wie im März und April verneint. Eine Verschärfung der restriktiven Maßnahmen wird inzwischen nicht mehr ausgeschlossen. Eintensivstationen